Boah, das habe ich jetzt noch nicht abschütteln können. Oh Mann, ey. Haben die das echt durchgezogen, dass die die Mutter... Das gibt's doch nicht. Und jetzt... Ja, also wir sind hier in dem... Ah ne, das ist der... Das ist der normale, oder? Ich weiß gerade nicht, ob das der Tempel ist, wo wir uns gefunden haben. Oder ob das der Palast von dem Grafen ist. Oh Mann, ey. Der Kampf gerade. Mies. Wie mies das gemacht war. Ja, vor allen Dingen der Ugo... Ach, der Graf. Völlig wahnsinnig. Und sie auch völlig daneben. Das ist ein Akt der Liebe. Ich bring die Mutter um, damit ich das Kind selber großziehen kann. Ist doch völlig verblendet. Oh, äh, hallo. Das ist... Kein guter... Lagerplatz für diese Fässer. Hallo? Amicia? Mama? Oh, mein Kopf. Ich wäre auch verwirrt, wenn ich... Ist das ein Traum? Nein. Das ist... Echt. Ist das so? Oh, da ist jemand. Ist das echt? Es fühlt sich nicht an, als könnte das echt sein hier, oder? Ich... Ich weiß es nicht. Doch, das ist echt. Und jetzt sieht er gleich seine Mutter. Was tut ihr da? Ähm... Emily? Oh, mein liebster Junge. Du solltest zurück ins Bett gehen. Ist sie tot? Nein. Nein. Geh wieder ins Bett. Victor, bring ihn zurück. Bitte. Mein Herr, wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh, ja? Ist es? Ich losse es. Emily, ich hole dich. Nein. Aber was machst du? Bitte nicht. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Wow. Emily, du brauchst mehr. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Sie steckt fest. Erledige sie. Ruf mehr. Sie wollen Blut. Äh, wie ging das nochmal? So. Hier ist dein Blut. Fressen für die Ratten. Was macht ihr da? Wir zahlen es dir ein. Mach weiter, Hugo. Wir wollen immer mehr Ratten. Wir wollen immer mehr Ratten. Das ist ein Fehler. Tötet das verdammte Mädchen. Kostet es, was es macht. Ja, kommt. Kommt zu mir. Gebt uns euer Blut. Zu nah. Die sind viel zu nah. Ja, Lukas muss gerade auch richtig die Düse gehen, ne? Alter. Nein, ich fress dich aus. Irgendwie ist das befriedigend, aber andererseits richtig krass, ey. Oh, ähm. Mist, den hab ich nicht gesehen. Scheiße. Scheiße. Äh, scheiße. Ich hab nicht geflucht. Sie steckt fest. Erledige sie. Ruf mehr. Sie wollen Blut. Beschützt die Köln. Wir haben den Kreis. Hier ist dein Blut. Fressen für die Ratten. Was macht ihr da? Wir zahlen es dir ein. Mach weiter, Hugo. So. Sterbt, ihr ganzen Bastarde. Das ist die Makula. Das ist gerade ein bisschen chaotisch, ja? Aber nur so ein bisschen, ne? Ja. Nein, ich fress dich auf. Ja, so ist es schön. Geschafft. Jetzt bist du dran, Emily. Jetzt vergießen wir dein Blut. Emily, nein. Nein. Nein, wir müssen verschwinden, Herr. Es ist zu spät. Lass mich los. Lass mich los. Nein, die Menschen brauchen euch doch. Herr. Hier. Werdet diese Insel nie verlassen. Ich beende das. Okay, das hat er richtig verdient. Sie, Geisteskrankheit schwierig, aber er hat es auf jeden Fall verdient. Oh, Mann, ey. Die Szenen, wo man die Ratten spielt, sind immer so völlig over the top, ey. Nicht vergessen, wir haben immer noch eine gebrochene Schulter. Oh, nein. Oh, nein. Hugo. Hugo. Nein. Nein. Antwort. Sag doch was. Hugo. Nein. Oh, danke. Danke. Es geht uns gut. Dir geht es gut. Alles ist gut. Das ist gut. Kapitel 13. Kapitel 13. Nichts bleibt. Bitte, Hugo. Sag doch was. Sieh mich an. Bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Lucas, halt doch mal die Schritte. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lucas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Ja, genau. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt holt die Fluft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. In der letzten Cutscene hatte Lucas die Armbrust auf dem Rücken. Das war merkwürdig. Naja, egal. Man muss ja nicht immer Fehler von Spielen herausstellen. Ich bin mal gespannt, was auf dem Schiff auf uns wartet. Und ob wir überhaupt so weit kommen, bis wir die ersten Widrigkeiten wiedersehen. Weil, wie es ja schon sagt, ich will ausruhen. Wir haben im Moment echt keine guten Karten. Vielleicht auch mal ausgekugelt, ja? Das wird wehtun. Boah, Hugo macht mir fast schon Angst gerade. Also nicht Angst um sein Wohlfind, klar. Aber so... Gruselig ist der Kleine. Hugo, gehen wir. Oh Mann, ey. Boah, die letzten zwei, drei Folgen, die waren heftig. Also... Das muss ich schon sagen. Ich meine, ganz zu schweigen davon, das Spiel macht mir immer noch Spaß. Es ist immer noch unglaublich gut. Aber, äh... Uh, die waren heftig, die Folgen. So. Oh. Kann ich die öffnen? Ne. Da möchte ich rein. Wie nein? Darf ich da lang? Komm mal, Misia, du hast schon die ganze Zeit... Wir haben die ganze Zeit über total viel gelootet. Dann müssen wir diese eine Kiste auch noch mitnehmen. Ah. Oh, mit der Schulter. So. Elf Stückchen. Wunderbar. Wie sieht das eigentlich aus? Nur mal so ein bisschen Gameplay-Mechanik wieder rein. Wir könnten jetzt theoretisch... ...einen Topf mehr. Oder halt den Topf mit Ignifer. Wäre auch cool. Wir sammeln einfach mal. Im Moment fühle ich mich nicht so, als bräuchte ich irgendwelche Verbesserungen. Ich fühle mich da relativ kompetent. Also... Gameplay-mäßig. Sonst... ...eher nicht. Oh, die Stimmung ist doch so richtig schön gedrückt gerade. Boah. Ui, ui, ui. Es muss hier irgendwo rausgehen. Im günstigsten Fall, ja. Wo sind wir eigentlich ungefähr gerade? Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch, ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Na gut. Aber geh nicht zu weit. Ja, wir sollen hier raus. Also... Ich glaube, du hörst mich. Versperrt. Tut mir leid. Ich kann es von mir nicht bewegen. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Aber das Zeichen der Makula sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Ja... Warte mal, mach dir das mit der... Ah ja, wir haben ja eingerenkte Schulter. Ja, ja. Genau. Das dauert auch ungefähr drei Minuten. Dann kann man den Schmerz von der einen Renkung auch wieder abschütteln. Das ist... Das ist völlig okay. Ich will mich nicht beschweren. Wenn man das hier jetzt solche Rätsel ohne Schleuder machen müsste... Na los. Wäre sehr doof. So. Dann wollen wir mal. So. Halt durch. Du musst durchhalten. Aha. Guck mal. Was sind wir denn hier? Brennende Bücher. Das finde ich persönlich nicht so cool. Ich bin da eher so... Lichtbrennende Bücher-Mensch. Weiß ich nicht, wie ihr das seht. Mein Chaos. Ich kann nicht. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen? Bitte. Ich kann nicht. Hilfe. Oh, Gott. Oh, Gott. Halt. Halt. Steh auf. Steh auf. Und geh weiter. Neuerinnerung. Chaos. Nur mal so, ähm... Als kleines Gimmick dazwischen. Ich, äh... Beschäftige mich hier auch so ein bisschen... Also, was heißt ein bisschen? Ganz, 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 ganz kleines bisschen mit Psychotherapie und sowas. Ähm... Einfach nur... Also, wir haben halt einen, äh... Neurologen, Psychologen bei uns in der Nähe. Wenn du mich hörst, dann... Bewege einen Finger. So. Genau. Wenn Lukas nicht mehr weiterredet. Genau, ähm... Das ist... Ein sehr, sehr gesunder Ansatz, den Amishia da gerade hatte. So. Das nicht versuchen, das komplett runterzudrücken, was ihr eigentlich schon... Welche Folge so weiß? 30, 35? Ne, noch weiter. Keine Ahnung. Ähm... Und, äh... Das immer weiter in sich reinzufressen, sondern einfach mal einmal... Ja, sich einmal... Jetzt hier nicht unbedingt fünf Sekunden, sondern von mir aus auch mal zwei Stunden sich selber gönnen und zu sagen, es ist gerade alles sehr viel. Ich muss gerade einfach mal nur... Also, so durch sich das anhört, einfach mal eben kurz ein bisschen zusammenbrechen. Ähm... Alles, alles vergessen, alles ausschalten. Nur mal, ja, mit sich selber sich beschäftigen. Nicht irgendwie Wellbeing oder so. Einfach nur akzeptieren. Es ist gerade einfach eine Scheißzeit. Scheiße, was passiert. Scheiße, was drumherum passiert. Und im schlimmsten Fall kann man sogar noch nicht mal wursartig was machen, außer abwarten. Und dann ist das in dem Sinne eine sehr, sehr gesunde Entscheidung, einfach mal zu sagen, okay, ich brech mal kurz zusammen. Ähm... Klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass. Und wenn man das selber noch nicht hatte, äh... So eine Situation, denkt man sich auch nur so, was zum Fick. Ähm... Aber... Äh... Ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen. So in der Klausurenphase hatte ich das auch mal. Da hatte ich eine... Eine Woche... Ähm... Da hatte ich innerhalb einer Woche... Ähm... Ähm... Beziehungsweise von vier Tagen hatte ich drei Klausuren. Da war so Montag, Dienstag, Donnerstag. War... Äh... Ne, also Zweitversuche waren zwei... Egal. Also jede Klausur hat bestimmt, ob ich nächstes Semester normal weiter studieren darf oder nicht. Und, ähm... Da habe ich Montag, Dienstag die beiden Klausuren geschrieben. Und Mittwoch während des Lernens für die Klausur danach, am Donnerstag, habe ich gedacht, ich sterbe. Bin abends in den Irish Pub gegangen. Ähm... Ne, das war genau nach dem... Am Dienstag nach der Klausur. So, da bin ich dann, äh, einfach nach der Klausur einfach so, alles ist im Arsch, alles ist scheiße. Äh... Ja, ab in Irish Pub. Vier, fünf Kindes getrunken. Äh, Milch natürlich. Sorry. Und am nächsten Morgen, ja, völlig befreit. Äh, nicht ans Lernen, weil ich mir dachte, Lernen bringt eh nichts. Das, was ich jetzt noch nicht weiß, das werde ich auch morgen nicht wissen. Halt rein. Klausur geschrieben. Am nächsten Tag habe ich die Klausurergebnisse bekommen von allen drei Klausuren. Und ich habe alle drei bestanden. Und, äh... Ja. Da war ich auch kurz vor diesem Moment, wo ich mir dachte, boah, jetzt mal einmal einfach nur mal nichts tun, einfach nur mal zusammenbrechen. Ähm, ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Situation, ja, mein Bruder ist kurz vor dem Sterben und meine, äh, Mutter ist gerade umgebracht worden, direkt vor meinen Augen. Ähm, und der Typ, der das gemacht hat, ist immer noch unterwegs und möchte mich auch töten. Ja, die Situation scheint ein bisschen krasser. So, und... Oh. Okay. Ja, mir geht's okay. Mir geht's soweit ganz gut. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist... ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann... kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir's hiermit. Komm mit, Ugo. Wie hiermit. Womit? Womit? Wohl von der Beine ist jetzt immer nüstappelle. Ich bin nicht mehr.